hallo leute und willkommen hier bei mir aber kette ich habe mich ganz kreativ ins bild gebeamt denn heute geht es um einen beamer gott wie komme ich nur darauf wahnsinn oder aber ganz im ernst ich freue mich hier mega auf das produkt das ist nämlich ein portabler led beamer von bencu ja ein ganz neues produkt gv1 heißt das teil und hier sind eingebauter akku drin man kann per play inhalte darauf beamen also streamen sozusagen der hat einen usbc anschluss drei stunden akkulaufzeit und ist ein echt cooles teil man kann es also im prinzip überall hinstellen wird bis zu 100 zoll groß das bild und ich bin mega gespannt auf das produkt der bencu bima der neue vielen dank an bencu dass sie mir das testprodukt hier zur verfügung gestellt haben by the way und ich würde sagen wir schauen uns der bima jetzt mal im detail an in der nahaufnahme und da steht er schon er hat so eine zylindrische form eingebaute lautsprecher hat er auch und ja wir schauen mal kurz hinten auf die specs wir haben eine relativ geringe auflösung von 480 pwvga da bin ich gespannt wie er sich damit schlägt ob das bild trotzdem ansehnlich und gut ist er hat einen usbc anschluss wo man auch usb speichermedien anschließen kann um direkt dann was von so einem usb stick zum beispiel abzuspielen oder eine usbc festplatte eingebaute lautsprecher man kann es wohl auch einfach nur als bluetooth lautsprecher nutzen wireless projection also via airplay zum beispiel eine automatische keystone korrektur dass das bild dann auch nicht verzerrt ist sondern eben schön gerade man kann ihn noch ein bisschen neigen also hier den kopf kann man ein bisschen neigen hier kann man das sehen bis zu 15 grad damit bild auch passt und drei stunden batterielaufzeit ja also drei stunden da kann man sich schon mal hier herr der ringe geben zum beispiel ich brauche ein messer ja und da kann man sich schon mal die frage stellen wofür braucht man denn einen portablen beamer eigentlich tja zum beispiel ein schöner filmabend mit freunden ihr nehmt den beamer mit und stellt ihn irgendwo hin wo ihr euch da gerade aufhaltet und schon habt ihr ein sehr schönes großes bild hoffe ich mal oder zum beispiel ihr wollt das hier in der küche einfach mal aufstellen um euch da was anzuschauen ihr habt da keinen fernseher kein bild auch da kann man das dann einfach machen also es gibt viele verwendungsmöglichkeiten so wir machen erstmal das unboxing hier drin haben wir zwei kisten einmal wird hier wohl der beamer drin stecken und hier haben wir das ganze zubehör und da ist einiges drin gibt es einfach mal aus und wir schauen mal rum was haben wir denn hier der steckdosen adapter das ist wohl für die amy stecker er gedacht den werden wir nicht brauchen ich hoffe da ist auch ein ja da ist auch ein europäischer dabei den werden wir brauchen um dann gleich hier auch ein bisschen strom kriegen zu können und dann haben wir noch eine andere variante also hier für alle länder was dabei und unser eigentliches netzteil bin mal gespannt wie viel output der liefert er hat leider so einen proprietären anschluss ich dachte er lädt vielleicht auch hier über usb c aber da hat er so ein rund steckerchen dran und hier stöpseln wir dann eben mal flott hier unseren entsprechenden stecker ein eu passt und wir haben einen output von 12 volt und 2000 milliampere also ein 24 watt netzteil liegt hierbei aber das kann erst mal zur seite und wir machen da ist ja noch eine box drin ich dachte das wäre schon der beamer aber obwohl wenn man genau hinschaut hier kann man es ja sehen hier ist der beamer abgebildet da ist er drin hier haben wir noch mal keine ahnung eine fernbedienung ein bisschen zubehör und was war hier drauf ja hier war da sieht man ja das netzteil abgebildet also sie haben das eigentlich sehr schön gestaltet hier von benq nur ganz schöne unboxing erfahrung wenn man genau hinschaut so was haben wir denn da eine fernbedienung ja und eine tasche und kabel 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 was haben wir hier wir haben hier ein usb c kabel auf usb c kabel also ein doppel usb c kabel einmal dann eine kleine transporttasche und eine fernbedienung das finde ich nett dass hier noch eine fernbedienung mit beiliegt und die erinnert mich an irgendwas habt ihr schon mal so eine amazon fernbedienung in der hand gehabt oder auch so vom apple tv ein ganz ähnlicher formfaktor batterie ist wohl schon drin hier ist noch das nippelchen für die sperrung der batterie dann haben wir hier power button plus ok button auswahltasten zurück menü home plus minus wahrscheinlich für lauter und leiser fühlt sich jetzt vom kunststoff her nicht besonders toll an zumindest hier auf der oberseite die unterseite fühlt sich nett an aber die oberseite fühlt sich so ein bisschen ich will nicht sagen billig aber ja könnte sich schöner anfühlen und hier haben wir einmal den quick start guide also damit wir hier auch mal flott loslegen können da gucke ich aber nur bei ja unbedingt notwendigkeit drauf und wir schauen jetzt hier weiter in die packung und finden hoffentlich jetzt hier den beamer ich heb's mal an das ist leer und da ist das gute stück schön er hat echt eine kompakte größe meine güte erinnert sehr sehr stark an einen bluetooth lautsprecher und im prinzip glaube ich ja kann man ja sagen ist das hier auch so eine art bluetooth lautsprecher zumindest hier die untere partie also schauen wir mal rum hier haben wir einmal das objektiv da ist noch eine schutzfolie drüber und dann könnt ihr dort mal einen blick rein werfen so sieht das objektiv aus wir haben hier an der seite lüftungsschlitze dran hinten lüftungsschlitze und da auch noch mal hier kann man noch ein bisschen was verstellen wahrscheinlich die schärfe die man dort einstellt auf der oberseite haben wir bedienelemente einmal power button plus minus also power button der ist zu drückbar und das hier sind kapazitive tasten plus minus und wofür auch immer das hier gedacht ist und da steht zumal gv1 benq projektor dann haben wir hier unten den lautsprecher bereich der sieht vielversprechend aus ich glaube 5 watt lautsprecher ist hier drin wenn ich mich nicht täusche hier haben wir noch mal benq logo und hier hinten stromanschluss und usbc anschluss und wir können sie auch noch anschrauben sieht aus wie so ein standard stativ gewinde also vielleicht auch für so eine beamer halterung wenn man es irgendwie an die wand befestigen will finden wir alles noch raus und dann haben wir noch mal ein paar technische daten und spezifikationen so und hier ja hier kann man jetzt auch die neigung doch verstellen denke ich naja genau hier 15 grad neigungswinkel verstellung so dass das optimal dann hoffentlich auch angepasst werden kann ich bin jetzt mal total gespannt ob hier vielleicht schon strom drauf ist halte mal den power button gedrückt ja und da geht der beamer auch schon direkt an also er hat eine ladung direkt von hause aus mit dabei hier können wir es sehen das lüftergeräusch ist recht leise ich halte mal ganz nah ans mikro dezent dezent würde ich das mal nennen und ich gucke mal dass ich hier ein bild irgendwo an die wand bekomme so freunde ich habe hier mit der verpackung mal eine kleine leinwand improvisiert hier steht der bank you beamer und ich komme mit euch mal ein bisschen näher ran und wir schauen einfach mal hier im setup menü ja was ich da so tut und ich hoffe das ist für euch einigermaßen erkennbar ich mache jetzt hier mit der fernbedienung mal die einstellungen flott es ist halt ein recht kleines bild ihr seht gerade mal so groß wie meine hand jetzt aktuell aber naja für den anfang wird es reichen ich stelle die sprache mal ein auf deutsch dann ist kennt er hier direkt er hat hier direkt meinen wlan gefunden ok verbinden wir mal einmal das kennwort eingeben und wir gehen auf weiter und er verbindet sich jetzt mit dem wlan und hat funktioniert jetzt die zeitzone einstellen ich bin soweit ich weiß hier doch in deutschland 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 krass ich finde hier keine deutsche stadt egal ich überspringe es einfach und wir machen weiter klar mit der datenschutzerklärung die ist wirklich überall dabei also einmal runter scrollen ok drücken und hallo und willkommen genießen sie gv 1 ok weiter das ist ja mal ein nettes interface aber ich glaube ich muss die kamera mal neu einstellen so jetzt könnt ihr das schön sehen ein sehr sehr nett gemachtes interface wow also das gefällt mir aber richtig gut auf den ersten eindruck wir haben hier direkt drahtlos projektion für ios und mac os super das ganze auch hier für android und drahtlos projektion für pc und eingangs quelle kein signal das wäre dann unser usbc anschluss einmal wir sehen hier oben den akkustand also mehr als halb voll wlan verbindung natürlich hier eine falsche uhrzeit aktuell und hier unten haben wir noch einstellungen wlan bluetooth bild schauen wir mal was ich hier beim bild noch einstellen kann naja wir können hier noch mal die farben wohl ein bisschen einstellen kino lebendig tv sport hell hell mal schauen ja das ist hell ich lasse einfach mal auf lebendig tv dann haben wir einen lichtmodus da gibt es den akkumodus und ja gibt es erst mal nur den akkumodus weil ich im akkubetrieb bin bestimmt gibt es da noch wenn er an den strom angeschlossen ist ein modus wo das ganze noch ein stück weit heller wird töne was haben wir denn da schön ist ich höre hier schon die ganze zung so ein klickton das ist der feedback ton lautstärke drehe ich mal hoch ja dann hört man schon und hier können wir noch verschiedene einstellungen holen spiel musik kino ja so das übliche kennt man ja wir lassen einfach mal auf kino stehen ich gehe zurück bild hatten wir was haben wir hier bei bluetooth bluetooth ja ein und ausschalten wenn da was verkoppelt werden soll und wir schauen hier nochmal in die einstellungen rein bildsystem töne netzwerk bluetooth hotspot was ist das denn wir können mit dem gerätchen ein hotspot aufmachen interessant interessant keine ahnung wie das jetzt gehen soll oder ob das dann die hotspot nutzung ist wenn man das smartphone mit benutzt einstellungen sprache zeitzone automatischer ausschalttimer auch eine schöne sache und led anzeige eingeschaltet okay sieht alles recht verständlich aus gucken wir noch hier kurz in die info rein system aktualisieren ach das ist interessant schauen wir mal starte aktualisierung und er sucht jetzt mal nach einem update da bin ich gespannt ob es da schon was gibt es gibt tatsächlich schon update wahnsinn das mache ich nachher direkt mal der kommt ja hier mitte januar jetzt in den verkauf oder ist jetzt in den verkauf gekommen und schon haben wir ein update da prima heißt zum einen sie waren vielleicht noch nicht ganz fertig wenn man negativ denkt oder ja die bleiben dran und schauen dass das ding hier immer besser wird so jetzt mache ich mal hier die drahtlos projektion mit meinem iphone bitte verbinden sie ihr mobiles gerät mit dem unten stehenden wlan habe ich ist verbunden ich gehe auf weiter schritt zwei drahtlose projektion ist ab sofort verfügbar bitte verwenden sie ihre mobilen geräte um die aktivierung durchzuführen okay ich probiere es mal eben auf meinem iphone um hier was zu streamen hallo leute und willkommen hier bei mir heute sprechen wir über die mighty rock e7 active noise cancelling lautsprecher die zu einem schmalen preis für active noise so das hat ja prima funktioniert richtig einfach das bild sieht jetzt hier bei mir in der kamera ja so ein wenig farbenfroh aus so ein bisschen regenbogenfarbig aber lasst euch versichert sein freunde das sieht in echt richtig gut aus so auf den ersten blick dass hier ist nur eine komische darstellung aufgrund von meiner kamera keine ahnung was da jetzt phase ist auf jeden fall es hat gut funktioniert und hier sieht man noch mal das hier gerade gestreamt wird also mittels airplay prima sache also es hat gut funktioniert das bild macht auch einen ordentlichen eindruck ist natürlich nur der erste eindruck ich freue mich jetzt tierisch hier mit dem gerät mal richtig zu arbeiten dem auf den zahn zu fühlen und dann gibt es natürlich hier auch ein ausführliches review aber für den moment soll es das mal gewesen sein freunde ich bedanke mich fürs zusehen und freue mich riesig jetzt hier mit dem gv1 rumzuspielen süßer kleiner beamer also bis zum nächsten mal macht's gut und ganz unten ja wir können es auch noch auf ein objektiv wir können es auch noch wir können sie auch noch befestigen sieht aus wie so ein standard stativ und wir können sie auch noch befestigen sieht aus wie so ein standard stativ schraubverschluss gewinde und wir können sie auch noch befestigen sieht aus wie so ein standard leck mich doch fett stativ stativ und wir können es ja auch noch anschrauben das sieht aus wie so ein standard stativ gewinde und 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 und